Liebe Zuschauer, hier ist wieder der Literatur. Ich begrüße Sie dazu ganz herzlich. Auch heute stöbern wir wieder durch meine Bibliothek. Dazu wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Roman »Eine ganz normale Familie« von Judith Guest aus dem Jahre 1976. Die deutsche Übersetzung von Karin Polz erschien im folgenden Jahr bei Rowold. Dieser Roman war die Vorlage für die erste Regiearbeit von Robert Redford 1981, die vier Oscars erhielt und hatte erst danach den großen Erfolg auf dem Buchmarkt. Hier eine kleine Kostprobe. Sie ist so schön, so wunderschön. Ihre weiße Haut und das blasse Lavendel ihres seidenen Kleides, das honigfarbene, lose um ihr Gesicht fallende Haar. Warum streiten wir uns? Er ist nicht mehr dein kleiner Junge, sagt sie. Im nächsten Monat wird er 18. Aus irgendeinem Grund möchtest du gern glauben, dass er ständig deine Anteilnahme und deinen Schutz braucht. Über jede lächerliche Reaktion von ihm machst du dir Gedanken. Er lächelt und du lächelst. Er runzelt die Stirn und du behandelst ihn wie ein Baby. Okay, ich nehme Anteil. Manchmal mache ich mir Sorgen. Es interessiert mich verdammt nochmal. Interessiert es dich? Oh, ich hasse dich, sagt sie. Manchmal hasse ich dich wirklich, wenn du diesen Ausdruck im Gesicht hast. Warum wolltest du nicht einsehen, dass es so kommen musste, wenn wir dieses Jahr hier blieben? Endlich, sagt er. Endlich sind wir beim Ausgangspunkt angelangt. Weißt du, warum mir der Tag verdorben ist? Weil das die ganze Zeit über mir hing. Es tut mir also leid, okay? Es tut mir leid, dass ich nicht mit dir nach London gefahren bin. Und? Tut es dir leid, dass du ihm ein Auto geschenkt hast, das er nicht wollte und nicht braucht? Tut es dir leid, dass du Tausende von Dollar ausgegeben hast, nur, damit etwas eintreten könnte und dem ich dir im Voraus hätte sagen können, dass es nie eintreten wird? Sie sehen einander an und er möchte sagen, aber das ist es doch gar nicht. Siehst du das nicht? Jedenfalls nicht alles. Und als sie sich abwendet und in die Küche zurückgeht und er kurz darauf das Vertraute, entschlossene Summen der Geschirrspülmaschine hört, weiß er, dass auch für sie der Tag nicht so verlaufen ist, wie sie es geplant hatte. Sie sind beide enttäuscht. Sie sind beide bekümmert. Und er denkt daran, dass sie nach oben gehen werden, an Conrads Tür vorbei, den Gang hinunter zum Schlafzimmer, wo sie sich schweigend ausziehen werden, jeder in seinen Kummer vertieft. Und was wird morgen sein? Und all die Tage, die noch kommen? Warum können wir nicht darüber sprechen? Warum werden wir nie darüber sprechen können? Dieses Buch beschreibt die Familie Jarrett. Familie Jarrett lebt nach außen hin in einer heilen Welt. Gesichertes Einkommen, Häuschen im Grünen, Zwei Söhne. Perfekte Idylle. Aber diese perfekte Idylle ist zum Zeitpunkt, wo das Buch einsetzt, bereits zerstört. Denn der älteste Sohn Buck ist bei einer Segelpartie mit seinem Bruder Conrad ertrunken. Und Conrad fühlt sich für Bucks Tod verantwortlich. Er hat einen Selbstmordversuch begangen und ist in eine Nervenklinik eingeliefert worden. Zum Zeitpunkt des Buches ist er da schon eine Weile wieder heraus. Der Vater gibt sich, wie wir gehört haben, sehr viel Mühe um ihn. Er gibt sich Mühe, ihm Halt zu geben. Aber er übertreibt es. Er findet alles toll, was der Junge macht. Und fragt jeden Tag, wie war es in der Schule? Was macht der Schwimmunterricht? Was macht dies? Was macht das? Also er bringt sich halb um, um den Jungen. Also entspannt ist er auch nicht. Das wirft die Mutter ihm vor. Aber die Mutter will die heile Welt zurück. Die will am liebsten so tun, als ob alles gar nicht geschehen wäre. Die will das unter den Tisch kehren, diese Tragödie. Den Eindruck hat man. Und ob sie leidt oder nicht, das weiß man am Anfang gar nicht. Man merkt nur, dass es keinen Kontakt gibt zwischen ihrem Sohn Conrad und ihr. Und diese Kälte zwischen Mutter und Sohn, die belastet eben auch die Ehe. Und der Sohn fühlt sich auch dafür weiter noch schuldig. Also das Ganze ist wirklich ein Teufelskreis. Aber dieser Todesfall, der Tod des Sohnes Back, ist quasi der Auslöser oder der Katalysate für alle diese Probleme, die diese Familie schon vorher mit sich herumgeschleppt hat. Dass Probleme unter den Tisch gekehrt werden. Dass der eine den Sohn mehr zu lieben scheint als der andere. Dass die Söhne unterschiedliche Verhältnisse zur Mutter hatten und so weiter. Dieses Buch ist meiner Meinung nach ein typisches Beispiel in der Dramaturgie für diese berühmte Heldenreise, die also für viele Filmdrehbücher empfohlen worden ist. Dass also sozusagen nach der Exposition, wenn alle Teilnehmer, alle Darsteller vorgestellt sind, ein Kick kommt, ein Anlass, ein Auslöser und die Hauptperson geht auf eine Reise. Dieser Held geht auf eine Reise und muss eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben lösen. Da werden ihm Hindernisse in den Weg geworfen, aber es gibt eben auch Helfer. Und die Reise von Conrad ist die Reise zu seiner geistigen Gesundheit, zu einem normalen Leben. Dabei hat er einen Helfer, einen Mentor und das ist der Psychotherapeut Dr. Berger. Da will er erst gar nicht hin und sträubt sich und sitzt da und sagt kein Wort. Aber er merkt dann doch nach kurzer Zeit, dass dieser Dr. Berger in seiner ein bisschen lässigen, schnoddrigen Art Verständnis hat für ihn. Denn der sieht das von außen. Der steckt ja nicht in dieser konfliktbeladenen Familie mit drin. Und er findet die richtigen Worte für den Jungen. Und die braucht er auch, denn es passiert noch etwas ganz Schreckliches. Der Junge hat, also Conrad hat in der Klinik, in der psychotherapeutischen Klinik, wo er war, eine Bekannte getroffen, eine Freundin, die auch Probleme hatte, natürlich, sonst wäre sie nicht da gewesen. Die ist gesund entlassen worden und hat dann, und er erfährt dann, als er sie anrufen will nach langer Zeit, dass sie Selbstmord begangen hat. Und diese Geschichte, die haut ihn natürlich vollkommen um. Und da braucht er den Dr. Berger ganz, ganz dringend. Und es stellt sich eben raus, dass auch die Eltern eigentlich diese Therapie bei dem Dr. Berger brauchen. Damit endet es auch dann, dass die, es endet nicht, aber im letzten Teil des Buches geht der Vater dann eben selbst zu dem Dr. Berger hin und legt ihm also seine Probleme dar, die er mit Frau und Sohn hat. Diese ganze Geschichte treibt auf ein Ende zu, dass man irgendwann als unvermeidlich akzeptiert. Aber das Ganze wird also ohne jegliche Effekthascherei dargestellt und beschrieben. Und das liegt vor allem an den Charakteren. Die sind also bis in die Nebenrollen, ich rede jetzt schon vom Film, aber sie sind also bis in die Nebenfiguren ganz glaubhaft gestaltet. Man kann sich diese Personen auch ganz genau vorstellen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Und dass es sich zu einer Verfilmung sehr gut geeignet hat, das merkt man halt daran, dass auch die Dialoge zwischen diesen Personen ganz glaubhaft sind und vorstellbar. Das ist nicht gestelzt, das ist nicht ausgeweitet, das ist nicht Effekthascherist. Das ist einfach so, wie Menschen miteinander reden, also sehr realistisch. Menschen reden miteinander so sehr amerikanisch. Also das merkt man dann doch. Die Übersetzung ist meiner Meinung nach sehr gut. Aber der Lebensstil, die Sprechweise ist meiner Meinung nach deutlich amerikanisch geprägt. Ist nicht unbedingt ein Nachteil, kommt aber durch. Die Dialoge haben recht kurze Sätze. Es gibt also ziemlich lakonische Bemerkungen. Und das ist eigentlich auch ein Stilmittel von der Autorin. Die sind sehr lakonisch kurz angebunden miteinander. Nur bei ganz wichtigen Anlässen, da reden die Figuren länger. Und wie wir bei dem ersten Ausschnitt gesehen haben, gibt es auch erlebte Rede, viele Gedankeneinschübe rückblenden in Kursivschrift. So, jetzt werde ich Ihnen noch ein kleines Zitat vorlesen aus dem Schlussteil. Und das ist die Szene, wo Conrad nach dem Selbstmord seiner Mitpatientin wieder bei dem Dr. Berger ist. Der Grund für all das ist das kleine Mädchen aus Skokie, nicht wahr? Fragt Berger ruhig. Crawford hat mich gestern Abend angerufen. Er war auch erschüttert. Oh Gott, sagt er. Berger reicht ihm sein Taschentuch. Kleiner, du kennst die Statistiken. Von 100 versuchen es 50 noch einmal. 15 schaffen es schließlich. Er hat gedacht, dass er keine Tränen mehr hätte. Aber ohne Vorwarnung steigen sie ihm wieder in die Augen. Er bedeckt das Gesicht mit den Händen. Lassen Sie das, sagt er. Die Kellnerin bringt das Frühstück. Er putzt sich die Nase und lehnt die Ellbogen auf den Tisch. Sie war okay, sagt er. Es ging ihr gut. In der Schule überall dabei. Sie war glücklich. Sie hat mir gesagt, ich soll mich nicht so in die Dinge hineinsteigern. Ich soll ruhig werden und das Leben genießen. Scheiße, das ist nicht fair. Du hast recht. Es ist nicht fair, sagt Berger. Es tut mir leid. Es tut mir leid um das arme Kind. Eine verrückte Welt. Oder vielleicht ist nur der Ausschnitt, den wir von ihr sehen, verrückt. Vielleicht blicken wir nur durch einen Spalt in der Tür und sehen nie den ganzen Raum. Das ganze Bild. Ich weiß es auch nicht. Er fährt sich mit den Händen durchs Haar. Du hör mal, sagt er. Du musst was essen. Du wirst dich besser fühlen, wenn du was gegessen hast. Aber er ist zu erschöpft, um zu essen. Er nimmt versuchsweise ein paar Bissen vom Ei und dann schiebt er den Teller weg. Es hat keinen Zweck. Zu gefährlich. Isst doch, drängt Berger. Ich kann nicht, sagt er. Seine Beine fühlen sich an, als hingen schwere Gewichte an ihnen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich sie heute Morgen nicht erreicht hätte. Ich war so durcheinander. Und jetzt? Er schließt die Augen. Noch immer durcheinander. Berger lacht. Das ist es, was ich an dir so mag, Kleiner. Du hast Stil. Ich will dir sagen, was heute Morgen geschehen ist. Du hast dir gestattet, Kummer zu empfinden. Man kann sich seine Gefühle nicht aussuchen. Ich sag dir das immer wieder. Wenn du keinen Kummer empfinden kannst, dann kannst du auch nichts anderes empfinden. Und die Welt ist voll von Kummer. Aber auch voll von Freude. Von Bösem und Gutem. Von Schrecken und von Liebe. Was du willst, das ist da. Und wer sich all dem verschließt, der tut nur so, als ob er lebt. Ist dir das klar? Ja, meine Damen und Herren, Sie haben hier eine ganz starke Geschichte von Liebe, von Unfähigkeit zur Liebe, von Schuld und Vergeben. Und ich kann dieses Buch nur voll empfehlen. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen, obwohl ich den Film schon kannte. Und damit war es die zweite Folge der Bibliothek im Literaturcocktail auf TIDI TV. Schön, dass Sie auch diesmal dabei waren. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein zum Literaturcocktail. Bis dahin, tschüss, schönes Schmückern und auf Wiedersehen bei TIDI TV. Bis zum nächsten Mal.